Ich habe mich für dieses Exemplar entschieden. Dann bitte streiten Sie zur Tat und essen Sie. Wir stehen hier im Brandenburger Landtag. Neben mir Thorsten Krause, Abgeordneter für die Linken. Er ist auch Testesser für den Matz Online Schoko-Hasen-Test. Ich würde ihn über den Kopf, die Brust und dann zum Würzel hintereinander weg aufessen. Sie würden ihn jetzt komplett aufessen? Ich würde ihn jetzt komplett aufessen, ja. Sie sind Typ 1, der normale Typ. 50% aller Rösterhasen-Esser sind so wie Sie. Sie sind der Kopfabbeißer oder der Ohrabbeißer. Hier der Ohrabbeißer. Ganz klassisch. Dann typisieren Sie so, dass Sie praktisch veranlagt sind und Ihr Privatleben ist wichtiger als der Beruf. Würden Sie sagen, das stimmt? Korrekt, absolut richtig. Also Sie sind sich richtig typisiert? Das ist zutreffend, ja. Sollte man eine Promotion drüber machen.